Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der wunderschönen von Kalidin Ultramapper. Ja! Wie heißt die Map noch mal? Weiß ja gar nicht mehr. Wisst ihr das? Wisst ihr wie die Map noch heißt? Ich weiß das nicht mehr so genau. Nein, alles gut. Auf der wunderschönen Raybach. Von Kalidin Ultramapper. Mit dem 29 Euro Zimmer. Hier auf der Map, ne? Falls ihr es noch nicht gefunden habt. Die Jungs spielen hier im Multiplayer, ne? Ich wollte eigentlich morgen dazustoßen. Ne, ist dann ja heute. Ich bin auch... Ich hab Freitag. Auf dem Samstag. Ich wollte morgen Abend zustoßen, ne? Ähm... Multiplayer, ne? Sven, ich krieg den Hof im Dörfli. Cool! Da freu ich mich schon drauf. Dann hab ich mir nämlich auch bestimmt Zeit freigeschaufelt, dass ich morgen ne Runde mit den Jungs auf dem Server daddeln kann. Ich denke, das freut mich richtig drauf. Ansonsten... Bin ich heut platt wie ne Flonde. Ich hab auch bestimmt eine Stunde gearbeitet. Kann auch einer im Viertel gewesen sein. Den Rest der Zeit hab ich dumm rum gesessen. Ne, in Subdistance hab ich's eigentlich erzählt im Video, ne? Aber heute war die Geschäftsführung da. Die neue. Haben sie Way of the Werkstatt erzählt, du. Heiliges Blechner, du. Ich bin ja mal gespannt wie ein Flitzebogen. Okay, viele Veränderungen. Ob das alles so positiv ist, weiß ich nicht. Sag mal, Sakunasche, ey, mit Ballen stapeln hab ich's weiter auch nicht drückt, ne? Siehste, direkt doch. Ob das alles so günstig ist, weiß ich nicht. Bin ich auch ganz ehrlich. Hab ich auch keinen Plan von. Meine Pläne kennt ihr ja. Ich mach 15 Jahre voll. Und dann... Tschüssili, kofsili. Wenn ich die fünf Jahre mal noch schaff, ne? Fünfeinhalb sind's, ne? Fünfeinhalb Jahre. Dann hab ich ordentlich. Dann hab ich genug auf der Altersrente drauf, dass ich sagen kann, hier, hört mal zu. Tschüssi. Kofski. Nee. Seitdem ich bin bis dahin im Außenpraktikum, wenn der Plan klappt, ne? Dann geh ich weiter arbeiten, aber ansonsten, nee. Nee. Man kriegt ja nicht umsonst EU-Rente, ne? Irgendwann muss man auch mal sagen, so ist gut gewesen. Jetzt musst du das Zeug auch mal genießen. Ja, genießen ist ja auch nicht, aber... Ach, weiß auch nicht. Schikram ist das manchmal. So. Ey, Kalle, ich weiß nicht. Im Discord soll ich dich antickern oder so? Du, ähm... Die Jungs spielen ja schon die Map Rehbach hier in Multiplayer. Du sagst ja, du guckst ja eigentlich jedes Video. Deswegen ist das ganz cool. Ähm... Ich fahr mal eben hier an Arnhof vorbei, ne? Weil, ähm... Die Jungs haben mir gesagt... Oder Sven hat mir das gestern erzählt. Ich hab gesagt, ich werd Kalle das schreiben, aber... Oh, ich bin so faul, so fit zum Tickern, man. Ich bin ja ganz ähnlich. Ne? Die haben hier den Arnhof. Die haben das Stroh in den Kuhstall reinklabostet. Und, ähm... Wie heißt das? Erste hat er jede Menge Stroh angenommen und nichts angezeigt. Dann haben die den Spielstand neu gestartet. Und dann hat er das Stroh angezeigt. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Hier sind die. Von Arnhof. Lieber Kalle. Ich glaub, du kannst da eh nichts dran ändern. Aber das war im Multiplayer. Nicht Single. Multiplayer. Multiplayer. Wo Sveni morgen zustößt. Aber ich muss noch zwei Mods hochladen. Achso. Der Sveni, der wird ja High-Teach-mäßig, ne? Hä? Schick-Gram. Ich hab ja ne neue Funktion für mich entdeckt. Google-Übersetzer. Weißt du, ich bin ja echt noch richtig altbacken. Und mit diesem ganzen High-Teach-Gram. Ach du Google. Muss ich mich ja immer auseinandersetzen, ne? Muss ich mich ja immer auseinandersetzen, ne? Ich bin ja echt noch richtig altbacken. Aber ich hab den Google-Übersetzer mal genutzt und den Lars geschrieben. Weil ich hatte heute wieder Post von Lars in meinem Briefkasten, ne? Ja, da freu ich mich ja auch. Oh weh. Okay. Und hab ihn mal gefragt, ob er Download-Links für die IACs hat. Dann mach ich die mit in die Videobeschreibung. Und dann ist das für euch einfacher. Wenn das in eurem Sinne ist, dann müsst ihr das mal bitte in die Kommentare schreiben. Aber ich hab den Lars da mal geschrieben. Hey, ich hab hier die neue Funktionen der Google-Übersetzer. Ich darf es keinen erzählen, aber ich bin wirklich echt ein total altbacken. In jedem Schick gerade. Ich stehe aber auch dazu, ne? Und hab Lars gefragt, ne? Weil das macht man. Sowas macht man auch, ne? Ja, ich finde, man macht das. So. Nicht einfach hier tun und machen. Nee, Fragen. Wenn er da Link schickt, dann mach ich die mit in die Videobeschreibung. Und dann ist das für die meisten, die so faul sind, dann ja auch viel einfacher, ne? Und ich brauch nicht mehr so oft immer Antworten. Ist ja auch ein Vorteil, ne? Weil ich kann eh nur immer Antworten eigentlich. FBM, oder? Hier, sag mal. Kingsmod. Was anderes weiß ich ja auch nicht. Weil ich hab die Post immer in Discord. Ich bin daher ganz ehrlich. Der Lars ist so lieb und schickt mir die immer in Discord. Deswegen... Kann ich da nicht immer so mitreden. Was das angeht. Aber ich hab Lars gefragt. Das ist schon krass, so eine Google-Übersetzer-Funktion, ne? Das ist schon krass, so eine Google-Übersetzer-Funktion, ne? Und Svenny findet das auch für sich raus, dass das funktioniert. Krass, ne? Ey! Man, du! So lange redet gar keinen Sinn, ey. Ich hab keinen Plan, was wir hier heute machen, du. Ich bin ja auch ein bisschen groggy. Ich bin dafür, dass wir mal so langsam auch AD-Kurs einfahren. Weißt du, mit Kalkohlen und so, das ist doch schon mal manchmal ganz schön strätzelig, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Ihr kennt mich, ne? Ich bin auch manchmal faul. So, ich hab hier was anderes mit reingenommen. Hier, guck mal. Ich hab hier gar nicht viele ERCs, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier keine Ausfall habe, ne? Oh, die Länge, da fanden Schick-Kram. Guck dich den ganzen Schick-Kram hier an. Wie genial ist das denn? Können wir mal zählen, wie viel Svenny hat? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ist das richtig? Zwei, vier, sechs, neun. Da sind schon mal neun. Oh, guck mal. Sieben, fünf, vierzig hab ich wieder. Cool. Zwei. Vier sind elf. Die ist ja genial, den brauch ich. Ja, den hat der neu gemacht, ne? Den hatte ich schon mal. Wie genial. Neun und vier sind dreizehn. Dreizehn. Dreizehn, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Die gehört dann nicht zu. Siebzehn IRCs hab ich nur? Echt nur 17 Stück? Ist ja nicht viel, ne? Ist ja nicht viel. Ist ja nicht viel. Ist ja einfach nicht den, du. Ne, war falsche Baustelle, ne? Den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Geht ja auch. Der hat wahrscheinlich... Ne, der hat wahrscheinlich... Ne, der hat wahrscheinlich auch... Cool. Gibt's gar nicht mit allrad, wa? Ne, so sieht die besser aus. Ne, die finde ich cool, Old 2. Der ist ja genial, ne? Der ist ja genial, ne? Frontladerhandlung? Ne, MP-Lifter will ich nicht. Klicke. Guck mal. Der ist schon premium. Roof? Was ist denn Roof? Was ist Roof? Roof? Roof, 강aun? Okay, komm, plan. Muss ich mal ruhen. Du bist ja... Den gibt's ja auch... Ah, dann kannst du hier... Ja, 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 gucken wir. 745 neu aufgesetzt 847 genial so ein wenig gefahren so wird macht ja auch in seiner freizeit weißt du alles machen die immer in ihrer freizeit ist nicht nur mal hier bist du denn 14 55 du stehst da ach hier ist der große vorne wir müssen der ist hier noch am sehen der müsste gleich durch sein du stehst hier gefüttert hatte ich erst das läuft schon mal richtig premium so wir machen wir ihm bildchen druck danke der christian hat gesagt meine trecker werden spackig ne so christian dann kann ich nur revidieren so sauber wie die jetzt immer sind waren die hier in diesem diesem auf diesem kanal noch nie sollte ich die werkstatt von achim hat ne aber meine schlepper arbeiten ja weißt du die stehen nicht nur auf dem hof und sollen schön schön aussehen die müssen ja auch mal loben nur um das mal zu sagen und grüße gehen raus ne an christian meine schlepper arbeiten hier auch das ist ja wohl logo das ist ja wohl logo mal christian hier guck der helge der wäscht ihn jetzt wenn helge gut ist wäscht er den sauber aber da helge heute wieder ein bisschen nervös ist weil er wahrscheinlich wieder druck und eintopf gekriegt hat kann das auch sein dass das nächste sauber ist ne helge oh seit wann ist denn da eine marschkarte drin ich hab noch nie gesehen helge ist ready oder nicht ready sag mal helge halt ein spattelkopf ja helge ich sagte helge du hast heute gute arbeit geleistet nicht ich kann ja schlecht lügen macht man nicht kommst du auch im leben nicht weit mit nee das ist nicht gut im leben nee haben wir den gleich schon durch kann der 828 umgesetzt werden läuft der Lärm schikram ne da ändert sich einige ist mein oberster häuptling ist auch nicht mehr bei uns in der betriebsstätte da geht jetzt ins haugwerk und wir kriegen da oben schon wieder neun oder kriegen da neun ne echt im moment wechseln da auch die leute wie die unterhose du ist nicht normal hast du dich an einen gewöhnt und wir waren jetzt fast zehn jahre ne aber das ist in letzter zeit ist das echt nicht normal was die da alle umstellen das ist der lauf der dinge naja früher hast du auf einer arbeit angefangen dann bist du auch da geblieben bis du ich glaub das ist nicht mal der zorn der zeit ne so gib mir mal ein menü hat mir eigentlich schon mal einer geantwortet wegen cp auf galgenberg ne ne hat auch noch keiner drauf geantwortet ne aber die folge kommt ja glaube ich erst heute abend hohohoho Svenje ey kannst mal sehen wie viel strahlig ich schon bin du dass ich das nicht mehr weiß das haben wir du stehst da du stehst hier gar nicht gut aber ich sehe ich fertig fix habe ich gesagt nicht schleichen mann und söhne die ist so direkt hinter uns doch oder auch nicht der hängt bestimmt jetzt schon ein baum fest Nächste Woche habe ich drei Tage Woche auf der Arbeit. Ich muss den Teich sauber machen. Ich gehe im Montag, Dienstag und Mittwoch arbeiten. Donnerstag und Freitag habe ich Urlaub. Ich muss meinen Teich sauber machen. Unseren Teich. Aber wenn es ums sauber machen geht, ist es mein Teich. Verstehst du? Ansonsten ist es unser Teich. Ich freue mich. Das ist scheiß Arbeit. Aber bis jetzt haben wir alle Fische gelegt. Toi, toi, toi. Letztes Jahr sind wir drei kaputt gegangen. Weil die Goldohrfe, die müssen vorher tot gegangen sein und ich habe das nicht gesehen. durch. Und das war ja auch nicht überstanden. Ich hätte eigentlich gedacht, die Goldohrfe, die kriegt das letzte Jahr noch mit. Dann hat sie leider nicht mehr geschafft. Das ist nicht schön. Der hängt doch bestimmt in den Büschel fest. Sonst wäre der hier schon lange durch. Kannst auch nicht sein. Soll ich mal Mucka anmachen? Habt ihr schon mal Sveni gesehen, wenn er Musik will? Ne, wollte ich auch nicht sehen. Was ist denn da los? Hast du gepupst, oder was? Sag mal. Gut, da waren da irgendwelche uncoolen Touris. Ist hier eine Mettbegrenzung? Ne, da war ein Baum, was? Ne, das ist die Mettbegrenze. Die ist aber auch ziemlich nah. Soll ich gar nicht drehen. Mann, jetzt kommt ja nicht der Tütkram dahinten, oder was? Aber liebe Leute, ich sage erst mal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Dornstück freuen. Ich bin ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!